Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands Hilfe Äh, Minenvorschlüssel, den, da wollen wir jetzt hin Der letzte Kampf gestern, äh, gestern, ja, doch, also für mich, eben gerade für euch gestern War ja auch keine leichte Sache Aber unser Skill sollte jetzt einiges bewirken Also mit unserem Skill sollten wir es da jetzt durchschaffen Minenvorschlüssel So Erhöhlt Erhöhlt Da Los So Dann gehen wir mal weiter Herzlich willkommen Herzlich willkommen Herzlich willkommen Ja Das Skill ist echt cool Ich falle gleich vorm Stuhl Jawohl Ah Ja Herzlich willkommen Wir werden Helden Ich denke, das ist auch die Hauptmission, die wir gerade da weitermachen. Hoffe ich zumindest. Ja. Wartet. Jetzt. Blut. Blut. Du hättest niemals hierher kommen dürfen. Nicht schlecht. Das war wohl euer Pech. Warte einen Moment bevor du was für mich hast. Perfekt. Und gleich gehen wir in die Mine rein. Mal gucken. Kurz. Können wir hier irgendwie. Ja. Können wir. Und rein da. Und rein da. Drücke V um einen Nahkampfangriff auszuführen. An einigen Waffen sind Klingen befestigt, die einen Nahkampfschadenbonus gewähren. Ich brauche keine Klingen. Ich habe meine Fäuste, die sogar explodieren. Also nicht die Fäuste. Aber halt. Du suchst die Kamera, dann nimm die besten Waffen mit. Toll, hier kriege ich aber nur Muni. Ja. Ja, mehr brauche ich auch nicht, glaube ich. So. Mal gucken 187, nein Vielleicht doch ein bisschen Moni Perfekt Ich denk mal jetzt, wenn ich Und ich Alter Mal gucken Also damit kommen wir schon leicht da durch Ups, falscher Weg Komm doch, komm doch Komm doch, komm doch, komm doch Versuch doch Verliere Blut Hast du etwa Angst? So was wie Angst Kenn ich gar nicht Blut Ach da Oh Gott Gott sei Dank Was? Du glaubst du hast ein Leck Du glaubst du bist Leck Ich sehe den Kuh Hey Ich sehe den Kuh Jetzt kommen wir hier auf Jetzt kommen wir hier auf Mal gucken Alter Falter Geil Hallo Wo finde ich denn Wo finde ich denn Wo finde ich denn Ein Reparatur Kit Finde ich denn Finde ich denn Hier irgendwo ein Reparatur Kit Nein Hier nicht Irgendwo hier drin muss ein Reparatur Kit sein Ja Ja klar Trap Ach da bist du Deswegen hast du so geschrien Ja 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 aber hier irgendwo muss ein Reparatur Kit sein Ich bin auch schon da Reparatur Kit Wo bist du Wo bist du Wo bist du Wo bist du Ich krieg da schon hin Erstmal muss ich hier so ein Reparatur Dödel Ich bin auch schon ein Reparatur Kit Ich bin auch schon ein Reparatur Kit Ich bin auch schon ein Reparatur Kit Mal gucken Mal gucken Also hier wäre ich Hier ist es aber nicht Hör auf zu heulen Ich suche ja schon Da oben ist es So So Clappy Ich hab das Reparatur Kit Jetzt kannst du aufhören zu heulen Ja Ja Das ist aber nett 201 ist schlechter und 129 Aber eigentlich einfach nur auf Prinzip Hätte ich das gern zum Verkaufen Also muss ich jetzt wohl Ich komm gleich wieder Ich würde gerne Zurück Und das verkaufen Die Frage ist nur Wie komme ich zurück? Ah ja, hier Mal gucken Bin ich schon fast zurück? Ah ja Das wäre hier wie ein Labyrinth Da bin ich auch schon Bittenüberhandlung Brauchst immer rein spaziert Ne, ne Eigentlich eher weniger Nämlich Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit Du wirst es nicht mehr räumen Hier gibt's Medikamente So Ich denk mal Ich kann wieder zurück Und die Sachen da einsammeln Das denk ich geht in Ordnung So Ach hier geht's wieder hoch Ich wünschte Ich wünschte Ich hätte die Nebenmission nicht gemacht Dann hätte ich auf das Geld verzichtet Oh, ich glaub ich hab den Beat verloren Gott sei Dank Hier geht's dann etwa weiter Ja Komm Komm Ey, ich töte euch Alle Und Perfekt Ja Ging doch dann ganz schnell Hier nehmen wir auch nochmal Daten Durch das Mediket rein Ziehen wir uns das auch nochmal rein Wo geht's denn jetzt lang Ach hier geht's weiter Ah ja Wird mir auch schon der Weg Gewiesen Aber Erstmal hier noch ein paar Sachen mitnehmen Ähm Karte Ja Weiter gehen wir dann aber erst im nächsten Part Ich hoffe es hat euch gefallen Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns morgen wieder Haut rein